Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Special Super Duper Samstag Livestream Knife-Kram. Heute, also an diesem Samstag, am 3.7. werden wir ab 16 Uhr, also gleich, einen Stream starten, einen Special Livestream, in dem wir ausschließlich Face-It-Duddlen werden, High Games, Lore Games, Interne und es wird ein Knife geben, speziell heute, im Giveaway, da kann jeder mitmachen, ihr müsst halt nur rankommen. Das Knife ist gesponsert von Sneezel, Ehrenmann! Das hier ist das gute Stück, das es heute im Stream gibt, da kann jeder daran teilnehmen, es ist ein ganz normales Giveaway und somit ist eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. 16 Uhr Start, Open End, wir wissen noch nicht, wann wir enden, vielleicht machen wir 9 Stunden, vielleicht 12, keine Ahnung, mal gucken, wie es so läuft und wir spielen ausschließlich auf Face-It, ganz wichtig. Wenn du mitmachen möchtest, bitte Face-It-Ready haben, also auf Face-It angemeldet sein und Face-It-Anti-Cheat auch runtergeladen haben. Wer einfach nur zuschauen möchte, beziehungsweise am Giveaway teilnehmen will, der braucht natürlich kein Face-It, klar, da kann man einfach nur in den Stream kommen. Haut da rein und bis gleich!